Herzlich Willkommen zu Ellenringen. Schimmersteinhauch verwandelt den Zaubernden in einen Drachen, der einen von Magie erfüllten Odem ausstößt. Durch Aufladen erhöht ihr die Dauer. Ja, das wollen wir uns mal jetzt hier bei den Herrschaften anschauen. Mal gucken. Funktioniert. So, suchen wir uns den Nächsten. Prima. Ja, dann haben wir hier so ein paar störende Hunde. Die stören jetzt nicht mehr. Oh, da will jemand was von mir. Ja, auch nicht schlecht. Ach, nehmen wir noch einen. Gut. Du schlägst nicht. Ja gut, ein bisschen aufpassen muss man schon. Jetzt sammeln wir bloß erstmal die Beute noch schnell ein. Ist auch nicht so interessant. Ja gut, lassen wir das. Jetzt die ewige Frage. Was passiert da hinten? Äh, wo finden wir die Anrufung, ne? Ja, ich befinde mich jetzt hier in der Kathedrale der Drachenkommunion in Kehlet. Na, das ist die Gegend. Die zweite gibt es hier, aber die Anrufung bekommt ihr nur hier. Na, nachdem ihr den Wächter hier erschlagen habt. Der könnte stören. Ja, und, äh, ja, dann haben wir hier Schimmersteinhauch. Das sind aber auch Zungenbrecher. Na, kann man hier alles erhalten. Gegen Drachenherzen. Und diese Herzen, die müsst ihr dann einem Drachen abnehmen. Der sie euch mit Sicherheit nicht freiwillig geben wird. Und, ja, und ich sage schon mal herzlichen Dank fürs Zuschauen und hoffe, dass es etwas geholfen hat.